Ich habe mit Olympiateilnehmern, Schauspielern, Adligen, Personen an der Spitze ihres Gebiets und Rockstars gearbeitet. Und ich habe schnell verstanden, dass Personen, die alles haben, und ich meine alles, viel Liebe übrig haben. Sie benutzen ihren Verstand ein wenig anders. Sie machen Dinge etwas anders, nicht komplett anders, nur ein bisschen. Und ich entschied mich dazu, dies meinen Kunden, die das nicht haben, beizubringen. Das Ergebnis war außergewöhnlich. Leben ohne Kompromisse wird dir eine Gewinnermentalität in nicht nur einem Bereich, sondern überall geben, weil du alles haben kannst. Und du kannst alles zum gleichen Zeitpunkt haben, wenn du nur weißt, wie. Leben ohne Kompromisse wird dir zeigen, wie, sodass du dies verinnerlichst. Was ist sofortige, transformierende Therapie? Nun, es ist genau das. Ein sehr schneller Weg, sich zu ändern. Ein sehr schneller Weg, sich zu transformieren. Und es ist ein Verfahren, worauf ich sehr stolz bin. Ich habe es über mehrere Jahre entwickelt, um dich sehr schnell zu verändern, sozusagen im Handumdrehen. Du wirst dir einige Aufnahmen anhören. Geh mit mir online und ich werde dir zeigen, wie du deine Denkweise verändern kannst, die dich auf sehr viele deiner Handlungen auswirken wird. Das Beste daran ist, wie schnell das geschieht. Und es ist dauerhaft. Transformation bedeutet nicht, dass du dich heute veränderst. Du veränderst dich jetzt und für den Rest deines Lebens. Du kannst das Unternehmen, den finanziellen Erfolg und den beruflichen Erfolg haben, den du willst. Du kannst die gewünschte Beziehung zu dir selbst haben, den Körper, das gesunde Leben und die Beziehung zu einer anderen Person haben, die du dir wünschst. Ich habe mein eigenes Leben verändert. Ich war die unsicherste, gehemmteste Person. Ich hielt mich für hässlich. Ich wollte nie ein Kindermädchen werden, aber ich dachte, dass ich für nichts anderes gut wäre. Aber als ich mich und später andere Personen veränderte, wurde mir bewusst, wie einflussreich es ist. Und wenn ich sehe, wie sich Personen verändern. Ich habe dank deiner Hilfe geheiratet. Ich habe ein Unternehmen dank deiner Hilfe. Hier ist mein Kind, das ich dachte, nie bekommen zu können. Ich habe die Hälfte meines Gewichts dank deiner Hilfe verloren. Dann will ich das natürlich mit mehr Leuten teilen. Meine Gabe ist, Leuten zu helfen. Lass mich dir also ein wenig über die acht Wochen der Therapie der Transformation erzählen. Jede Woche ist ganz anders. In den ersten drei Wochen möchte ich dir die Denkweise eines Gewinners vermitteln. In den ersten drei Wochen werde ich erzählen, wie sehr erfolgreiche Personen ihren Kopf benutzen. Ich werde dir zeigen, dass sich dein Leben verändern wird, wenn du einige winzige Anpassungen vornimmst, die in keinem Verhältnis zu den Ergebnissen stehen, die du zurückerhältst. Die vierte Woche ist ein bisschen anders, weil es um den geschäftlichen, den finanziellen und den Erfolg von Beziehungen geht. Und dann haben wir noch die fünfte und sechste Woche. Dort werden wir eine kraftvolle Heilung vornehmen. Die kraftvolle Heilung ist sehr wichtig, da sehr viele Personen Probleme haben und emotionalen oder körperlichen Schmerzen ausgesetzt sind. Und dann die siebte und achte Woche, die meine Lieblingswochen sind, auch wenn ich alle Wochen gern habe. In Woche sieben und acht dreht sich alles um das unerschütterlichste, felsenfeste innere Vertrauen. Denn wenn du an dich glaubst, glauben auch alle anderen an dich. Jedes Thema zeigt dir, wie du deine Denkweise verbessern kannst, wie du dich programmierst, um Wohlstand anzuziehen und zu erhalten und um Liebe anzuziehen und aufrecht zu erhalten. Wie man den Körper bekommt, den man schon immer haben wollte, wie man innere Gelassenheit bekommt, wie man sich selbst liebt, wie man unglaubliches Vertrauen bekommt und natürlich auch, wie man sich bewusst wird, dass man genug ist. Denn wenn du dich nicht selber magst, ist alles andere unwichtig. Wenn du glücklich, gesund und reich sein willst, musst du dich erst selber mögen. So kannst du alles haben, was du willst. Eine wunderschöne Beziehung, ein toller Vater oder Mutter sein, ein tolles Unternehmen haben, sehr viel Geld verdienen und dich jede Nacht schlafen legen und jeden Morgen wieder aufwachen. Ich mag mich wirklich so, wie ich bin. Ich fühle mich gut so und ich werde nicht krank. Das ist das richtige Programm für dich, weil es alles abdeckt. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, dich in Leben ohne Kompromisse zu sehen. Ich freue mich, dich in Leben ohne Kompromisse zu sehen. Ich freue mich, dich in Leben ohne Kompromisse zu sehen.